In allen unseren AWO Wohn- und Pflegeheimen bieten wir die Möglichkeit der Kurzzeitpflege an. Eine vollstationäre Pflege für eine begrenzte Dauer. Das ist so, dass die Bewohner gerade nach Krankenhausaufenthalt oder wenn die Angehörigen im Urlaub sind, sich zurzeit nicht um die Angehörigen kümmern können, dass sie dann zu uns in die Kurzzeitpflege kommen. Für ein paar Tage, paar Wochen, je nachdem. Gemeinsam arbeiten wir daran, ihre Kräfte und Fähigkeiten zu reaktivieren, sodass sie wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren können. Das ist ein Klientel, was natürlich erstmal sehr vorsichtig ist. Sie kennen diesen Aufenthalt vielleicht manchmal noch nicht. Und das ist halt wichtig, dass man zuhört. Und wenn sie Probleme haben, wenn sie Sorgen haben und jemanden brauchen, mit dem sie reden, dann ist es gut, wenn wir dann halt auch da sind und ein offenes Ohr haben und auch Verständnis zeigen. Aber auch andersrum gibt es Gäste, die schon sehr oft hier waren, die das Ganze als Urlaub ansehen, die gerne hierher kommen. Darüber hinaus beraten und unterstützen wir unsere Gäste und ihre Angehörigen, falls weitere Maßnahmen nötig sind, um die Rückkehr nach Hause zu ermöglichen. Aber am Ende des Tages zählt nur, dass man nach Hause geht und sagen kann, ich habe den Menschen vielleicht für den Tag, für diese Zeit, die ich bei ihm war, einfach ein Stückchen Glück und Zufriedenheit gebracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017